Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch einen sehr einfachen, alltagstauglichen No-Make-Up-Look zeigen oder man kann ihn auch No-Eye-Shadow-Eye-Shadow-Look nennen. Das heißt, die Lieder werden ja nicht schöner, wenn man älter ist. Die sind ja meistens irgendwie so ein bisschen verfärbt, ein bisschen rötlich, ein bisschen bräunlich, bei manchen gelblich. Und deshalb tragen wir meistens auch einen Nidschatten auf. Aber man hat vielleicht nicht immer so Lust, in Nidschatten jetzt blaue Augen, grüne Augen, rosäfarbene Augen, kupferfarbene Augen zu haben. Aber man möchte jetzt irgendwie so das Gesicht ein bisschen grundieren und auch die Augenlider. Und da kam mir die Idee, man kann das also a mit einer Foundation machen, die so ein bisschen, ich habe ja diese von Max Factor, die habe ich schon öfter vorgestellt, dieses Skin-Luminizer mit dieser Swill-Technik und so ein bisschen Goldpigmenten. Oder man benutzt generell einen flüssigen Eyeshadow in so einem Nud-Ton, der vielleicht ein paar Goldpigmente enthält. Den habe ich jetzt nicht da, aber ich wollte ja aus einer Not eine Tugend machen und habe diese Liquid Pearls von Benefit. Die hatte ich auch schon öfter vorgestellt. Die habe ich schon eine Weile und die müssen ja irgendwie mal aufgebraucht werden. Man kann die ja nicht fünf Jahre aufheben. Kann man schon, aber sie werden nicht besser. Und das ist so ein herrlicher Goldton und den möchte ich mir auf die Lieder geben. Und das will ich euch zeigen. Ja, also, dass man mit so einem relativ einfachen Look und auch einem Rouge, also wie man mit relativ wenigen Mitteln sich ein natürliches, ebenmäßiges Hautbild zaubern kann. Ich nehme jetzt, also heute mal keine, nicht diese Bauminolets, sondern die von Max Factor und gebe die mir heute mal mit den Fingern auf. Mein Gesicht ist natürlich vorbereitet, also mit einer entsprechenden Tagescreme, Serum und was man hier also braucht. Was man, was die Haut, alles besonders jetzt im Winter benötigt. So, wenn ihr merkt, Das wird jetzt so ein bisschen zäh auf der Haut. Dann nehmt einfach einen Foundation Pinsel und verteilt gleichmäßig die Foundation auf der Haut. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier so Flecken und die sind noch nicht abgedeckt. Und das kann man eben schön mit einer gut deckenden Foundation kaschieren. Also, fangt immer mit wenig an. Weniger ist mehr. Nicht zu viel. Oft hat man, wenn zu viel aufgetragen wird, sieht das doch sehr cakeyhaft aus. Das mag vielleicht in einem Video gehen, wenn das vorgeführt wird. Der Vorher-Nachher-Effekt, wenn man viel Foundation aufträgt, ist natürlich enorm. Aber, naja, im Natura dann vielleicht doch nicht so. Toll. So, mit einem Concealer, ich habe hier so ein paar Flecken, die ich ein bisschen kaschieren möchte, werde ich das jetzt punktuell versuchen zu kaschieren. Man hat ja so, also jetzt besonders im Winter, diese geplatzten Ederchen so ein bisschen, ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich. Oder Egelchen. Das ist der Concealer von Clinique. So, jetzt werde ich die Augenbrauen ein wenig, also ihr könnt die erst nach unten bürsten und dann nach oben bürsten, dass sie ein schönes Volumen erhalten. Ich werde sie jetzt nicht weiter auffüllen, weil ich sie gefärbt habe. So, und jetzt kommen wir mal zu den Liquid Pearls von Benefit. und jetzt kriege ich die nicht auf. Nicht doch, ich habe sie nicht auf. Jetzt dreht man einfach so nach oben und das ist so ein Sieb da dran und dann kommt da ein bisschen was raus und das gebe ich jetzt einfach auf das Augenlid auf. Das ist eine ganz leichte, seidige Textur. Das ist richtig erfrischend, irgendwie auf dem Augenlid. Das sind so, ich würde sagen, das ist so eine Art, so ein Goldton ist das. Aber ein ganz verhaltener Goldton. Ja, dann werde ich jetzt mal die Wimpern tuschen. Wenn die Wimpern jetzt so angetrocknet sind, könnt ihr mit einem hellen Kajal in, oder auf die untere Wasserlinie gehen, um das Auge ein bisschen ein bisschen optisch aufzuhängen. So. Wenn die Augen natürlich stark drehen, ist das nicht so günstig. Das vergrößert immer das Auge. Und also die Wimpern sind jetzt trocken. Jetzt nehme ich einen Verblenderpinsel und gehe in, also ihr könnt in ein Grau gehen oder in einen Naturton, das ist, das nennt sich hier Greystone, das ist dieser Ton aus irgendeiner Nutpalette. Nehme ich ganz wenig Farbe auf und gehe hier so in diese Lidfalte hinein. Weil der SS ist ja ein Verblenderpinsel. Und schattiere das ganz soft, dass es so ein bisschen nach hinten tritt. So. Aber nur ganz wenig, nur so ein Hauch. So. Die berühmte Frische zaubert natürlich immer ein Rouge. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also meine Haut ist sehr, sehr trocken und ich möchte mir jetzt keine pudrigen Produkte aufgeben. Ich habe hier so ein Pott Rouge von Bobbi Brown. Das ist die Farbe Tellurit. Und das kann man benutzen für die Wangen und auch für die Lippen. So. Also ich gehe jetzt ist jetzt ein cremiges Produkt. Ich gehe jetzt mit den Fingern hier rein und verteile mir das Rouge so ganz natürlich auf dem Wangenknochen hier. So kleine Apfelbäckchen und dann könnt ihr den Foundation Pinsel nehmen und das so ein bisschen die Übergänge leicht verteilen. das soll ja nur so ein Hauch sein. So als wärt ihr gerade aus dem Wald gekommen sage ich immer so schön. So dieser schöne Glow. Das muss man im Gefühl haben. So das kann man ihr seht das ja dass das relativ wenig ist das was ich auftrage und damit ihr nicht solche Kreise habt könnt ihr wunderbar mit dem Foundation Pinsel die Farbe verteilen. Und dann vielleicht noch um da so eine gewisse Harmonie mit den Augenlidern hinzubekommen von dem von den Liquid Purls von diesem Highlighter einfach ihr seht es ist wirklich nur ein Hauch am oberen Punkt eures Wangenknochens hier ein bisschen auf der Oberlippe und mittig auf der Nase so die Lippen werde ich jetzt ein bisschen das ist von der Firma L'Occitane so ein Lip Balm den werde ich jetzt hier ein wenig auf den Lippen verteilen und benutze das soll ja ein sehr natürlicher Look frischer Look den gleichen dieses Pot Rouge und presse mir diese Farbpigmente auf die Lippen so und um das Ganze jetzt abzurunden kann man natürlich noch mit einem natürlichen das ist auch so nur tun die Lippenkontur ein wenig umranden so und als Finish gebe ich heute mal von Caudalie das ist so ein Traubenwasser um nochmal so einen kleinen frische Kick zu bekommen ich verlinke euch dieses Produkt gerne in der Infobox das ist also eine Alternative zu Rosenwasser so fertig ist ein ganz natürlich geschminkter Look mit sehr wenig Produkten wie gesagt ein cremiges Rouge für die für unsere Apfelbäckchen und für die Lippen und man kann einfach jetzt die Foundation auf das Augenlid auftragen oder solche cremigen Liquid Pearls wie ich die jetzt habe hier von Benefit die so ein bisschen goldig schimmern dass das Augenlid so ein bisschen aufgehellt so ein bisschen frischer aussieht und nicht so müde und eben in die Lidfalte einfach einen Naturton geben so einen Grau oder einen räumlichen Ton das war es eigentlich schon es ist ein ganz schneller Look der ist der unsere Natürlichkeit unterstreicht also das was wir von Vorteil haben also unsere Augen unsere unsere Augenbrauen und die Lippen und eben natürlich was am meisten im Gesicht hervorsteht unsere Wangen unsere Wangenknochen sollten wir immer irgendwie betonen weil diese Wangenknochen so Apfelbäckchen machen immer diesen frischen gesunden Ton ein klein wenig Highlighter noch darüber also ihr müsst jetzt nicht wie so eine Christbaumkugel glänzen also es ist ein ganz einfacher Easy Look ich schreibe die Produkte dazu in die Infobox ihr könnt natürlich auch andere Produkte benutzen die ähnlich sind man muss ja nicht die gleiche aber dass man so eine Orientierung hat das sind ja alles immer nur so Orientierungen die man gibt für einen frischen No Makeup Makeup Look in diesem Sinne ihr Lieben alles Gute seid besonders gut zu euch und bis bald Tschüss und danke und danke fürs Zuschauen und dann zu euch